Okay, der erste haben wir. Meine Güte, ey. Fucking Mistvieh. Hier war wahrscheinlich dann diese Karte, die ich nicht brauche. Ja, oder der Schlüssel. Jesus Christ. Hm, 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 hm. Achso, hier muss ich ja lang. Hm, wenn ich ein Schüsseln der Nacht verwendet. Meine Mutter hat auch ein Schüsseln der Nacht. Nur, dass es so ist. Spiel. Nein, schon ein geiles Spiel, aber trotzdem. Ey, guck mal, wie fancy. Wir sind Klingen, Bruder. Oder so. So, wie ich wüsste. Ah, ja, komm, nicht. Fuck, 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 fuck. What? Oh Gott, ich hätte mich lieber mal heilen sollen, da eigentlich da oben, ne? Ich kann nichts machen, weil du den Fokus auf das falsche Vieh hast. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber egal. So, Vieh, dein Ernst. Ich glaube, wir setzen uns das hier an. So, den hätte mir auch. Ei, ei, ei. Wieso? Ach, ich interfrag's schon nicht mehr. Wie es eigentlich sein kann, dass meine anderen Klassen hier alle mitleveln. Uh, da war sogar eine Sphäre. Guck mal, ich wäre so tilted gewesen, wenn ich davor jetzt gestorben wäre. Gut, leveln wir den Erlöser. So, dann teste ich ihn doch nochmal aus, weil ich ihn brauchen sollte, was? Ach, wegen der Waffe. Jetzt höre ich es. So. You fucking kidding me. Wie soll ich das bitte kaputt machen da oben? Also, wahrscheinlich soll ich alle Viecher beseitigen. Diesmal, die da rauskommen. Wäre ja schon zu schön gewesen, um wahr zu sein, dass es auch halt einfach laufen können, ne? Guck mal, das war mal ein Boss. Den habe ich gefrühstückt. Guck mal hier, ich spinne es halt auch. So, auf, schick mir den nächsten raus. Uh, Lindwurm. Okay, jetzt sollte ich mich mal kurz heilen. Ich wusste, das passiert, wenn die mich alle hier belagern. Ich hasse das. Wenn mein Meta gebrochen ist, dann sind alle meine Sachen fort. Lindwurm machen wir auf. Schnell Blatze. Komm, komm, komm. Noch einer. Bring it, bitch. Da hast du doch um keinen Bock mehr langsam, gell? Ja, okay, übertreiben wir es mal. Ah, ne, schon wieder so ein Höllenrost von eben. Guck mal, guck mal. Wir sind es alle zusammen, oder? Zwei solcher Viecher. Ich hasse es. Ich hätte kotzen können. Er war im Quadrat. Bleibt mal effektiv auf dem einen drauf. Dankeschön. Bam. Bam. Abwohlen, abwohlen, abwohlen. Wir sind eigentlich genug leveled. Ah ja, guck mal. Die sollten eigentlich nicht das Problem sein. Mein nicht, zumindest. Jetzt, weil ich das gesagt habe, mache ich natürlich übelsten Bock mit. Guck mal, ich werde dir jetzt zeigen, wie ich es bin. Okay? Boom. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Werde ja wieder upgraden. Na komm, bringt der nächsten Scheiß raus. Okay, ich halte meine Klappe in Zukunft, wenn ich so was sage. Warum? Ein Hühner. Machen wir die Sirene erst mal platt. Das ist der Fanclub. Wenn wir ihn alleine haben, dann kriegen wir ihn. Scheiße, 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 scheiße. Egal, ich habe volle Energie. Alter, und auch berechtigterweise zum Glück, ne? Wenn du jetzt gleich mehrere rausschmeißt, fliegt der Controller aber sowas von im Fernsehen. Hälfte haben wir. Da kommt was Großes. Was zum Fick? Sind wir bei Monster Rancher? Ey! 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 Was? Alter! Alter! Das war ja ein ekliger Debuff. Das war ja ein ekliger Debuff. Nein! Ein Tonberry. Ausgerechnet von allen Viechern, die da rauskommen konnten. Fuck. Ganz genau. So geht es. So und nicht anders. Bitte. Ja! Ja! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Dieses Missvieh. Huuu! Alter, ich dachte schon, jetzt wird's scheiße. Guten Tag. Cockle... Was? Cockerland? Cockland? Hahaha. Ah ja, wer biegt guckt. Was machen sie beruflich? Darf ich leider nicht mehr sagen. Also darf ich online nicht mehr sagen. Sagen wir's mal so, ich arbeite mit Kinder, Jugendlichen und vermittle Wissen. Es wurden weiter Erinnerungen von Neon freigestaltet. Sie kann jetzt den Job Paladin... Ah, halt dann. Okay. Aber... Ich spiel grad gar nicht mit Neon. Ne, ich mach nix unethisches, aber... Es war ein Kollege, mich gern gesehen. Uh! Nice. Also, leerer eigentlich, aber... Naja, gut. So. Jetzt ist es raus. Gut. Dann... Halt, wo geh ich hin? Drei Stufen drunter. Sollten wir es schaffen. Was sagt die Uhrzeit? Sieht auch noch gut aus. Okay. Hier liegen Erinnerungen. Verlorene Seele eines Fremden. Ich wette mit euch, dann ist aber eins wahrscheinlich auch nur Boss Rush, wie wir es auch schon hatten. Erhalte Ogetöte. Ne, ich muss ne Waffe erhalten. Äh... Ich dachte, jetzt gibt's nochmal Boss Rush. Das heißt, um Ogetöte zu erhalten, muss ich mir eigentlich durchklopfen. Durchklopfen, durchklopfen. Puddingprinzessin, ihr seht aus wie Thornberries. Ich hab keine Ahnung, was die für Statuschwächen haben. Das könnte Blitz sein. Wir testen es. Ich hasse mich selbst, wenn es nicht so ist. Ich hasse mich. Es ist resistent. Ha! Scheiße. What the? Okay, übertreib mal mit deiner Säure, ja? Ist ja mit dem Sonderverkauf... Hallo? Ekelhaft. Stell dir mal vor, ich würde... Oh, jetzt hab ich... Warum hab ich... Warum hab ich Schwarzkund aktiviert? Okay, vergiss mal diesen Durchgang, der ist schlecht. Ich weigere mich, mich zu heilen. Würde ich mich mit dem Kollegen durchsetzen? Na, hab ich versucht. Ich hab leider nicht mehr so den guten Stand. Gerade wegen meiner Online-Aktivitäten als YouTuber, Twitch-Streamer, Podcaster, Content-Creator, was auch immer. Also ich hab ja viele Sachen, die ich im Internet mach. Naja. Irgendwann, irgendwie gewöhnt man sich an alles. Okay, also Blitz ging nicht. Wie wäre es mit Feuer? Das ist auch ist es denn. Warum? Stop it. Aber wenigstens kriegt der Status Schwäche. Ist ja schlimmer als Tonberries. Gefühlt. Uuuuh. Das war aber ein netter Move. Ekelhaft. Diesem Fischer bin ich doch schon mal in ähnlicher Form begegnet, aber nicht als Pudding-Prinzessin, ne? Jetzt hab ich selber Bock auf Pudding. Warte mal. Gehen wir da lang, oder? Achso, ich muss ja jeden Raum abklappern. Und alles durchsuchen, weil ich ja Ogertöter brauche. Das heißt, jeden Gegner platt machen. Äh, hauptsächlich Deutsch und Englisch sind meine Fächer. Ähm, ich hab aber auch schon gemacht. Ethik, Geschichte, Politik und Wirtschaft. Ja, das müsste es gewesen sein. Ja. Ich weiß, denkt man in meinem Vokabular nicht unbedingt. Ich bin ja eigentlich auch Autor werden, aber es ist halt lustig, im Streaming bin ich halt so eine richtige wütende Schimpfkanone. Ich kann mich aber auch dezenter ausdrücken, wie man ja in Podcasts, ah, hier bin ich hergekommen, in Podcasts hat oder auf dem Literaturkanal. Aber beim Streaming, da kochen die Emotionen über. Hier waren wir auch. Ich hab null Orientierung, ich bin schlimmer als Zoro. Feierfücher, warte, 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 Lois. Ich muss erst die richtige Elementschwäche drauflegen. Ich höre, ich höre ein Hühn. Ach komm, nicht ey. Geringe Schwarz, bitte. Ah, gegen Schwäche, Wasser haben die auch eine Schwäche? Achso, mach die langsamer. I see. Geh weg. Der war hinter mir. Jetzt wird's aber hässlich. Hallo? Hallo? Okay, halt, halt, halt. Alter, ich hab das beinahe nicht gesehen, das Vieh. Na, ich weiß ich nicht, ob Wasser gegen den Oga eine Schwäche bringt. Beruhig dich mal lieber und ess an deinem Happy Meal weiter. Nope, da ist die Waffe nicht dabei. Wär ja auch zu einfach gewesen. Ich schau immer jetzt mal in alle Richtungen, nicht, dass ich irgendwelchen Loot versäume. Ah, Pudding Prinzessin. Warte mal, ich will mal schauen. Gegen Wasser? Gegen was seid ihr denn bitte nicht resistent? Nein, nicht Schwarzkunst. Wie wäre es mit Eis? Pudding gefährt doch, oder? Wie bist du gegen Eis auch resistent? What the? Nein, wenigstens looten wir und leveln wir. Das ist auch etwas Schönes. Ich laufe wieder den ganzen Dungeon rückwärts. Ich merke schon. Skelette... Oh, 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 Skelette ist aber... Das, das ist meins. Das schaffe ich. Skelette ist einfach. Jetzt, als ich es gesagt habe, gehe ich schon mal drauf. Guck, was habe ich gesagt. Was habe ich gesagt? Kaum sage ich das, mache ich scheiße. Heil dich mal, das war knapp, Alter. Ich verbrauche meine... Nein! Ey, nein! Smash Brothers spiele ich auch, ähm, gerade noch nicht aktiv auf dem Kanal, auf dem Kanal, das könnte ich mir über Zeit nochmal wieder vorstellen zu bringen. Jetzt haue ich erstmal das hier weg und dann noch die anderen angefangenen Projekte. So, warte, warte mal, warte mal. Gegen was wart ihr denn? Nein! Jetzt habe ich schon wieder schwarz kunst aktiviert. Geh fort hier. Ich will wissen, gegen welches Element, die nicht schwach sind. Hey, nee, ich war so weit in dem Dungeon eben. Warte mal, so. So, warte mal. Ich bin aufgestiegen. Hier aber nichts. Okay, warte mal. Nein, hey, nein. Wie sieht es eigentlich mit meinem Loot aus? Am Ende kriege ich den. Oh, nice, 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 der ist so, Am Ende kriege ich den besten Loot hier raus und dann mache ich auch noch Quatsch damit. Ich meine, ich kenne mich. So, warte mal. Ich meine, dass ich Smash Bros. Spieler bin, das merkt man ja eigentlich auch an meinem Username. Jetzt testen wir mal, wie es mit Dunkelelement aussieht. Ey, du kannst doch nicht gegen alles resistent sein. Soll ich Dimension Expansion machen oder was hier? Domain Expansion. Juri. Yonkai. Ich habe vergessen, wo ich lang gelaufen bin und wo ich noch nicht war. Mist. Ah, hier waren wir auf jeden Fall. An die Temptations hier erinnere ich mich. wenn ihr mich jetzt tötet. Ich, ich schwöre, ich schmeiße gleich was in das Spiel rein. Nein! Ist das ein Witz oder was? Ich, ich wasche durch. Ich will meine Orbs haben. Scheiße jetzt. Kann ich nicht mal den Elementar Zauber wirken, weil die mich hier so rumkaspern. hat der jetzt macht er Selbstverstörung. Mann! Ja. Das wird wieder echt so Adrenalin. Scheiße, den habe ich vergessen. Ich will zu meinen Orbs. Die waren hier unten. Ich habe so viel Tränke verflogen. So, so, warum hat das vorher nicht so geklappt? Ich gehe auch gleich zurück und töte noch die anderen, weil ich befürchte, ich muss alle Gegner platt machen, um eigentlich an... Ja! Ja! Um an diesen Ogre-Töter daran zu kommen, der gesucht wird. Hört doch auf! Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Bis zum nächsten Mal.